So, jetzt haben wir echt mal wieder schöne Seeluft. So langsam fange ich an zu relaxen. So muss das sein, auch wenn ich noch dick eingepackt bin, aber es passt schon. Fällt mir hier auf jeden Fall ein bisschen besser als auf der Costa. Gerade im hinteren Bereich gibt es hier gute Sitzemöglichkeiten. Also auf der Costa so nicht gern. Ne, ok. Fällt mir. Übrigens neuste Erkenntnis, wir fahren nicht nach Valletta, weil die Weicheier kennen kein Geschaukel ab. Und wir fahren nach Messina in Sizilien. Aber auch ok, da war ich noch nicht. Wir laufen jetzt nach Malaga hin. Malaga ist in der Costa di Brava. Oder Costa Brava heißt das. Ne, Quatsch. Costa del Sur. Hier scheint also immer die Sonne, wie man hier sieht. Costa del Sur ist das. So ein bisschen jetzt in Malaga. Die Temperaturen sind angenehmer als ich gedacht habe. Die Sonne scheint hier sowieso immer. Ich muss schon wirklich sagen, Malaga ist schon echt stark. Vor allem, weil es nicht ausfällt. Ja, irgendwie. Ich fühle mich von. Ich fühle mich von mir. Und hier gibt es unglaubliche Bars. Tapper Bars. Da ist schon gestanden. Das hier ist so mein Bevorzug zur Platz. Zum Lesen. Da kann man ja auch nicht meckern, ne? So, jetzt kriege ich meinen zweiten Punscher. Ja. Ja. Weil du warst, die beste Punscher. Trazional Punscher aus Madeira. Weil du warst, Sir. Danke. So, hier auf dem Weihnachtsmarkt in Punscher. Es ist mir erst mal eine Pumpkin-Suppe. Keine Ahnung, wo das Auto ist. So, jetzt lassen wir den Hafen von uns an. Da ist die fünf Tage Olympische Überkehrung. Das ist wirklich erstaunlich. Wir sind schon außerhalb der 29-Zone von Madeira. Aber die Seemösen sind immer noch hinter uns. Die begleiten uns. Ich bin mal gespannt, wie sie dann passt. Das hier ist der erste Seetag nach Punscher. Also ich habe jetzt erstmal... Ich mache meine kurzen Hosen an. Aber Windjacken muss ich immer noch anhaben. Aber es wird deutlich wärmer und es merkbar an der Zeit. Das ist der erste Sey2-Member. Das ist der erste Sey2-Member. Aber das ist der erste Sey2. Es ist der erste Sey2-Member. Aber die Sey2-Member. Und nicht mehr in der erste Sey2-Member. Mas Michelle auf den Schwerdfluss-Ey3-Member. Bei euch, die Sey3-Member So, das ist jetzt mein klochtes Buch hier und das ist in so kurzer Zeit. Naja, und die Umgebung, wo ich das lese, ist ja auch nicht so ganz okay. So, das ist ja auch nicht so gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020